So hier, da sind ungefähr um die 30 Hunde, die wir jetzt glücklich gemacht haben mit ein bisschen Essen. Wir werden das öfter auch jetzt, dieses Projekt durchführen, dass wir Hunde helfen. Jetzt sind diese Hunde in den nächsten Tagen versorgt. Ich vermute, dass das, was wir jetzt verteilt haben, eine gute Woche ausreicht. Die norische Schöpfer, wie alle anderen auf der Erde, die das Recht haben zum Leben, das Recht auf Essen und Trinken haben. Und wir sehen, was für 100 Jahre die wir haben.